Der Spiritlername Dhirah Dhirah ist ein Beiname von Hanuman. Dhirah heißt heldenhaft. Wenn du den Namen Dhirah hast, dann weißt du, du willst sein wie Hanuman. Hanuman hat aus dem grenzenlosen Vertrauen zu Rama heldenhaftes tun können. In diesem Sinne sei dir bewusst, du bist wie Hanuman. Du hast diese unendliche Stärke. Wie ein Held willst du alles Gute tun und alles Gute bewirken. Das ist ein Beiname von Hanuman.